Nach der groben Handhabung bei dem Auto werden wir natürlich jetzt sehr viel, viel feinfühliger hier bei dem Fahrrad vorgehen. Hier wird nicht geflext, sondern geschraubt. Ja, und dieses Schrauben ist natürlich auch schon deswegen wichtig, um sich in das Wesen eines Fahrrades einzufühlen. Nach dieser vielversprechenden Auftaktveranstaltung sind wir zuversichtlich, dass wir ein Fahrrad ganz locker zusammenbauen. Und wir freuen uns, wir sind auch noch zuversichtlicher, dass nach Ende dieser Aktion ein komplettes, funktionssüchtiges Fahrrad stehen wird. Und dass die Graz zur Bevölkerung ankommen wird mit ihren Autos und uns bitten wird, dass wir auch ihr Auto zu einem Fahrrad umwandeln werden.